Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, nee, wir sind noch nicht fertig. Da oben wird gerade eine tolle Kanone gebaut am Westflügel. Ich weiß nicht, wie viele Aufgaben wir dafür noch brauchen oder Aufträge, aber wir machen einfach weiter mit Festung der Todeswippen. Und anonym. Wieder in dem geilen Style, na immerhin. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die Level in diesem Part ein bisschen cooler werden, weil im letzten Part fand ich die ein bisschen lang. Weil ich, es ist wieder ein Autoscroller. Wie viele Autoscroller gibt es denn bitte in der Story? Ich glaube, die haben einfach so viele Autoscroller in das Spiel eingebaut, weil die gemerkt haben, jo, online mag die keiner. Dann müssen wir ja irgendwie den Online-Level-Quotienten ein bisschen hoch treiben, wenn die keiner nutzt. Das ist aber eine Spielmechanik, die muss genutzt werden. Dann haben die einfach 8 Milliarden von diesen Leveln gebaut. Oder bei Nintendo, bei der Produktion von Mario Maker, waren einfach... Wieso kommst du wieder hoch? Was soll das denn jetzt hier? Blick. Haha. War einfach nur ein Dude da und der hatte richtig Bock auf Autoscroller. Der hat die dann hier alle gebaut. Meint ihr, dass wirklich... Weiß ich nicht. Dass das nur... Weiß ich nicht. Wenn es hier 100 Level gibt. Was meint ihr, wie viele Mitarbeiter von Nintendo arbeiten erstens an einem Level? Oder glaubt ihr, das ist immer nur ein Dude, der das macht? Ein ganzes Level zusammenbaut? Oder meint ihr, einer ist dafür zuständig, dass... Der designt das halt so auf dem Papier und einer baut das dann. Oder die besprechen sich, was kann man denn so für tolle Aktionen in dieses Spiel einfügen? Und dann besprechen die sich halt und sagen, yo, Gustav, ich meine natürlich, Achioda Minikota, du baust jetzt dieses Autoscroller-Level mit den ganzen Wippen. Weil die Idee fanden wir richtig toll. Die machst du jetzt. Weil das ist super spannend, wenn man hin und her wippt und dann sind da so Gegner im ganzen Level. Ja. Oh, dann ist da so ein Kettenhund. Der bleibt einfach auf der Wippe drauf. Ist das nicht super witzig? Das wäre super witzig. Und weißt du, was wir noch machen können? Wir können einfach noch einen zweiten Kettenhund mit auf die Wippe raufpacken. Oh, aber der Spieler ist schlau genug, den Kettenhund zu töten. Und damit hat er das Level beendet. Yeah. Als Glitzel-Funkel, Mario. Oh, kann die Dynastie dieser Autoscroller-Level bitte jetzt endlich enden? Das sind einfach viel zu viele davon. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass jetzt der Ostflügel da fertig ist. Nee. Oh, wir haben ja gerade erst angefangen. Okay. Ich dachte, wir wären schon weiter. Gut, dann machen wir den auf jeden Fall heute fertig. Aufträge! Hier und dort und überall im Lande der Truppkrabbel. Krabbel? Der Truppkrabbel? Tada! Ich habe ein durchgestyltes Truppkrabbel-Land gebaut. Was sind denn Truppkrabbel? Das ist vor allem... Erstens ein komischer Name und zweitens sehen die bestimmt richtig komisch aus. Ähm... Ist das Mario Odyssey-Style hier? Oder ist das... Weiß es nicht. Schon wieder ein Autoscroller! Was ist denn hier los? Es gibt nur noch Autoscroller in diesem Spiel. Ohne Witz, da hat der... Humane Kachikotumbunga. Nein, der... Kulala Tatata. Was ist denn ein normaler japanischer Name? Ich bin viel zu dumm dafür gerade. Für japanische Namen. Hm, du warst ein Yagiapa? Du kennst keine japanischen Namen? Tja, nennen wir den einfach Oda. Achikata-Owa hat hier die ganzen Autoscroller-Level gebaut. Diese komischen Blöcke, die einen hin- und her-thetoporten sind, auch witzig. Das war ja viel zu kurz! Hä? Hä? Ich bin voll unzufrieden mit den neuen Leveln hier, die hier gerade die ganze Zeit kommen. Diese blöden Autoscroller. Autoscroller sind nicht meins. Ganz ohne Witz. Wenn die in einen Speed-One eingebaut sind, ist okay, dass man krasse Sachen machen muss. Aber so wie das hier ist... Oder die hatten einfach keine Ideen mehr und haben jetzt für die letzten... Es gibt nicht mal 100 Level wahrscheinlich, ne? Na, vielleicht doch. Meint ihr, das sind schon alle hier 75 und dann noch diese ganzen Special-Level? Dann haben sie sich gedacht, ja, machen wir ein paar Autoscroller, ne? Ja, ja, ist eine gute Idee, ja. Nachtflug in der Clown-Kutsche, mal wieder. Ich hab das Ziel nicht gelesen. Was soll's, wird schon passen. Ich besiege alle Bowser und erreiche das Ziel. Es gibt nur einen Bowser. Obwohl, nee, inzwischen gibt's ja zwei Bowser. Der neue... Boah, stand da wie? Äh, hier dieser neue... Weiß ich gar nicht. Headquarter-Typ aus Amerika. Der heißt auch Bowser. Und den hat Nintendo ja ganz cringy irgendwie vorgestellt. Äh, dass da der Bowser aus dem Spiel war. Und der wollte dann irgendwas irgendwie sich vorstellen. Und dann kam da der, der, der Real-Mensch mit Nachnamen Bowser an. Was voll der coole Nachname ist irgendwie. Der hat gesagt, nein, nein, Bowser, du bist nicht gemeint. Ich bin gemeint. War halt der klassische Nintendo-Cringe, aber irgendwie auch witzig. Ich, ich find's witzig. Ich mein, viel besser kann man, kann man eine Person noch gar nicht vorstellen, oder? Aus dem eigenen Betrieb. Der sich halt um die Community und so kümmern soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das für ein Typ ist. Vielleicht ist das CEO oder sowas. Aber keine Plan, kein Plan. Irgendwie aus Amerika auf jeden Fall. So. Das wird hier aber doch der... Oh Gott, der... Wie hieß das Spiel auf der Wii und so? Wie ist es mit dem Planeten? Mario Planet World. Und so. Oh, nein, ich hab... Das tut mir leid. Die haben sich voll verliebt angeguckt. Da, schon wieder. Die lieben sich hier alle. Und ich töte sie einfach. Ich bin voll das Arschloch. Ach, Mann. Die wollten sich hier alle knutschen. Und ich bring die auseinander. Oh, tschüss, Kätenhund. Auf dich hab ich mal gar keine... Wow, die Zeit rast. Jetzt müssen wir aber schnell. Ich wüsste halt gern, wie der Stil hier heißt. Äh, beziehungsweise der Stil, sondern... Wir sind doch hier... Ja, Bowser müssen wir noch vernichten. Stimmt, da war ja was. Mario... Planet... Ich weiß wirklich nicht, wie der Stil hier grad heißt. Hey, jetzt, come on. Ich hab das zwar nie gespielt, aber ich muss doch den Namen davon wissen. Super Mario... Warte, das muss ich mal kurz nachgucken. Super Mario Galaxy, mein ich natürlich. Da hätte man doch drauf kommen können. Weil im Hintergrund ist eine Galaxie. Warum ist an dem Ziel so ein komischer Kristall? Man weiß es nicht so genau. Muss ich echt das Ding verlassen? Guck, da hinten haben wir den kleinen Strich und das kleine Set. Und ein Dreieck war da auch. Die klassischen Sternmuster, die man halt so kennt, ne? Juhu, noch eins. Buhu-Ringel-Reigen. Klingt gut. Ein Einblick, den ich einst auf einen fernen Stern sah. Buhu-Ringe, überall, groß und klein, langsam und schnell. Oder hab ich das nur geträumt? Egal, ich hab es für dich möglichst originalgetreu nachgeführt. Gebaut. Ich glaub, das ist dumm, wenn ich das mach. Und einfach gegen die Gegend laufen, weil dann kann ich doch einfach nach links. Ich kann doch hier sowieso raus. Ah, okay, die wandern aber. Äh, okay. Ne, keine Münzen. Kannst du mir noch einen Pilz geben? Auf der anderen Seite vielleicht? Oh, kann man das einstellen? Dass der auf der einen Seite Münzen rausgibt und auf der anderen Pilze? Das fände ich witzig. Oh, noch mehr Münzen. Danke dafür. Ja, jetzt hätte ich aber richtig gern einen Pilz. Äh, okay, das ist ein bisschen assig. Erinnert auch wieder an Ozu. Hier, bitte lass mich raus. Wieso haben die Flügel? Wofür brauchen Geister Flügel? Warte geflügelte Gumbas? Oder was ist mit euch los? Das war so klar. Da war das Zwischenziel. Nein, nein, nein. Mann, die kriegen mich immer wieder an dieser Stelle hier. Oh Gott, was mache ich denn auch? Wieso bleibe ich da überhaupt drin? Münzis, nein, Münzis, kommt alle her. Ich brauche euch alle. Wieso habe ich jetzt schon 40 Münzen? Akkumuliert das? Auch wenn ich sterbe, kriegt man immer mehr Münzen? Ich weiß es gerade nicht, ich glaube nicht. Äh, okay. Ah, lol, die sind da sogar auf diesen, auf diesen Ding angefestigt oder was? Hier ist doch diese weiße Striche. Und da laufen die mal lang. Er ist ja mega, witzig. Ich sterbe. Okay, man verhält auch seine Münzen. Ich habe jetzt die Hälfte meiner Münzen verloren, weil ich gestorben bin. Warum das denn? Warum verliert man denn nur die Hälfte? Das ist auch komisch, finde ich. Wenn, dann doch alle Münzen weg, oder nicht? Naja, ich will mich mal nicht beschweren über den Reichtum. So, jetzt hier mal gucken, wie wir das machen. Das ist aber auch voll gemein, dass die so nach oben gehen und... Ah, hier, der ist auch so ein Strichmuster-Ding. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Gib mir mehr Münzen. Da sind immer zehn Münzen drin. Gib her. Gib, gib, ich will Münzen. Gib mir Münzen. Hey, eben hat er doch auch ein paar Mal mehr geschossen. Uncool. Jetzt bin ich vor allem so groß. Oh Gott, ich werde hier locker getroffen, weil ich so groß bin. Okay, also ins Zwischenziel komme ich jetzt auf jeden Fall. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Ich komme da sogar hin, ohne Leben zu verlieren. Ha! Noch ein Pilz. Der bringt halt gar nichts. Das war eine Geist-Exklusion. Habt ihr die gesehen? Die war cool. Muss ich jetzt oben lang, oder hätte ich auch dazwischen gehen können? Wahrscheinlich auch dazwischen. Noch einen Pilz. Brauche ich nicht. Aber danke. Wie schnell die unterwegs sind. Oh, ich muss mich hier festhalten. Okay. Und Ziel. Eine Münze mehr. Yes! Übrigens wieder ein Autoscroller. Was ist los mit diesen Autoscrollern in diesem Spiel? Die letzten 10 Level waren geführt. Einfach alle Autoscroller. Alle, 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 alle. Und die blaue Kanone ist auch fertig. Was da wohl rauskommt? Oh yeah! Wir freuen uns alle. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass es zwei rote Toads gibt. Aber von jeder anderen Farbe... Immer nur einen. Du musst ja wieder Münzen abholen. Eine Münze! Wow! Krasser Scheiß. Lohnt ja. Hallo, blauer Toad. Hast du gut gemacht, diese Kanone. Was ist denn da drin, hä? Münzen! Kann man die nochmal verwenden? Auch super unnötig. Immer nur diese paar Münzen. Ich glaube, aus der Kanone kamen jetzt fünf Münzen. Aus dem Ding hier kam eine Münze. Wow, toll! Und die Kanonen sind so unnötig, dass man die sogar immer nur einmal abschießen kann. Haben wir genug Geld für irgendwas? Ja, wir können die Ostflügel-Tore bauen. Dann müssen wir nicht mal diesen komischen Ausrufezeichen-Block da benutzen. Wahrscheinlich nur drei Aufträge, oder? Damit das fertig wird. Ja. Wuchernder Wild wuchs. Nur ein Stern. Das wird bestimmt richtig schwer. Ach, Jüngelchen. Ich hab den Fehler gemacht, Kriechpyranien in meinen Garten zu pflanzen. Jetzt überwuchen sie alles andere. Wer wagt sich in die Unterwelt? Und rottet das gassige Grünsteig wieder aus. Das ist eine komische Gärtnerin. Ich probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ne, 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 ne. Ich weiß den Text nicht. Und ich fand den Film auch nicht so super geil, weil ich so klein war, um den zu verstehen. Ich war da eher so der... Okay, was geht mit dir ab? Ey, ich wollte dich töten. Na gut. Alter, kein Autoscoaler. Ich war eher der König-der-Löwen-Fan. Und ich hab neulich erfahren, dass es anscheinend einen König-der-Löwen-Zwei-Film gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals gesehen hab. Wahrscheinlich schon. Aber davon ist einfach gar nix hängen geblieben. Als nächstes kommen die Leute hier noch an und sagen, es gibt einen Tarzan 2. Ha! Das wäre ja lächerlich. Tarzan 2. Apropos Tarzan und hier Disney und überhaupt. Habt ihr schon diese Real-Verfilmungen gesehen, die ja jetzt ganz viel kommen? Von König-der-Löwen gibt's ja so einen CGI-Film. Ich glaub, Tarzan hat auch einen bekommen. Wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall hat Aladdin einen bekommen. Ich hab die alle noch nicht geguckt, aber... Brauch am Anfang so ein bisschen... Ups. Ein bisschen dagegen zu gucken. Aber anscheinend scheinen die doch ganz cool zu sein. Und haben auch gute Kritiken bekommen. Ich bin noch nicht so sicher, wie ich das halten soll, dass Disney jetzt so krass viel auf nicht mehr animierte Dinger geht. Also sie sind trotzdem animiert, aber halt nicht mehr dieser alte Stil. Sondern eher so ein erwachsener Stil. Aber anscheinend fanden die damit ja ganz gut. Ja, habt ihr da schon mal was geguckt? Das würde mich interessieren. Und wie ihr die auch fandet. Weil die Meinung aus der Community, die zählt mehr als die von meinen Freunden und dem Internet. Ja, ja. Schutzengel Schlangenblock. Oh ja, wieder so ein Schlangenblock. Das gefällt mir. Wieder die Schlangenblock-Freundin. Wer hat's gedacht? Oh nein, Wasserlevel. Wasserlevel und Schlange. Können Schlangen unter Wasser atmen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wir hier sind... What the hell? Das ist ja gruselig. Ey, wäre ich ein Kind und würde Mario spielen. Und dann kommen da solche komischen Fische an. Mit roten Augen. Ich glaube, ich würde da richtig austicken. Das ist doch super gruselig. Ich glaube, das Ding müssen wir hier aktivieren, damit es überhaupt weiter geht. Ja, die brauchen wir als Schottschild hier. Was sind das für komische Piranen? Oh ja, das ist ja richtig assig vor allem. Oh, der ist dran vorbeigeglitcht hier. Okay. Wofür bist du da? Man weiß es nicht so genau. Geht der nach links? Ja, er geht nach links. Ich hoffe, er geht auch wieder nach rechts. Äh! Galumba, why? Habe ich jetzt auch gelernt. Die heißen Galumbas. Habt ihr mir zum Glück auch in den Kommentaren geschrieben. Danke dafür. Wenn ich ab und zu Namen falsch sage und sowas, dann könnt ihr mir das wirklich immer gerne schreiben. Ich versuche mir das zu merken. Zum Beispiel, wie heißen diese Fische hier? Wäre ja auch mal ganz interessant. Ich glaube, man muss einfach die ganze Zeit nur nach rechts halten, oder? Und dann passiert dann einfach gar nichts. Weil anscheinend sind diese Fische ganz schön dumm und gehen einfach nur dahin, wo man zuletzt war. Und nicht dahin, wo man als nächstes ist. Ja, leid. Oh, okay. Und hier einfach die ganze Zeit oben bleiben. Am besten die Throms erst spät aktivieren. Damit die nicht wieder vorbeiglitschen. Weißt du was? Hier geht einfach... Ha! Der hat sogar noch den Galumba kaputt gemacht. Wie witzig ist er, der? Oh Gott. Oh, oh, nee. Hätte ich gern. Hätte ich gern. Gib her. Schieß noch einen. Schieß noch einen. Oh. Oh, das wäre richtig gut gewesen. So ein komischer Helm. Verdammt. Die, 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 die. Oh, jetzt müssen wir schnell mit dem Blauen mitgehen, damit wir hier nicht sterben. Ich werde mich überall safe. Der ist aber ganz schön schnell unterwegs, der Kollege hier. Wow. Danke, kleine Schlange. Sehr nett von dir. Und hier ist wahrscheinlich schon wieder das Ziel, oder? Ja. Piu. Da, 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 da. Lab. Ich und meine Laterne. Ziemlich dunkel in diesem Keller, nicht wahr? Ich hatte nicht viele Lichter zur Verfügung, aber als erfahrener Zimmermann habe ich das Beste daraus gemacht. Trotzdem solltest du vorsichtig sein. Wenn du das Ziel erreichst, gebe ich dir etwas von meinem Lohn ab. Erfahrender Zimmermann. Ich und meine Laterne. Babimili, babmila, bumm, schablum. Habt ihr das früher gemacht? Laternenumzüge? Gibt es sowas überhaupt? In der Stadt? Ich bin ja ein Dorfkind. Also da haben wir das auf jeden Fall jedes Jahr gemacht. Sind doch immer ganz viele mitgegangen. Aber ich glaube, das macht man nur im Kindergarten, oder? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es sei denn, man hat Kinder, dann macht man das natürlich auch mit seinen Kindern. Ich habe das Gefühl, ich muss... Hä? Okay, war anscheinend richtig. Laternenumzüge, wo man dann seine eigene Laterne auch gebastelt hat. Beziehungsweise... Jallel, was? Also wenn man die P-Switches aktiviert... Vielleicht sollte man den einfach nicht aktivieren. Dann bietet der einen nämlich Licht an. Den braucht man bestimmt auch am Ende. Sonst wird das ja gar keinen Sinn ergeben, dass hier diese ganze Spur ist. So, der zeigt dann nämlich, wo man hinspringen kann. Ist doch ganz nett. So, geh mal da ran. Okay, dann muss ich dich wohl doch aktivieren. Ist die Frage, ob ich... Ah, ja, okay. Muss ich anscheinend auch? Okay, da oben ist wieder ein P-Switch. Den müssen wir wieder mitnehmen. Der fällt garantiert runter. Wow, okay. Baublock, aber wozu? Mann, das ist voll assig. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf den P-Switch warten, damit der uns anzeigt, wo was ist. Ey, ich spring einfach immer ins Loch ein. Ich habe mich wieder nicht daran gehalten, auf den P-Switch zu warten. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche gar nicht... Ich brauche das alles nicht. Ich kann das alles alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Hilfe. Okay, aktiviert. Einmal durchlaufen. So, da oben ist wieder ein P-Switch. Den nehmen wir jetzt mit. Hier fällt nämlich gleich von irgendwo wieder irgendwas runter. Und ist super assig drauf. Ich weiß nicht, warum der Pau-Block da oben ist. Der hat bestimmt auch irgendeine Bedeutung. So, hier war noch irgendwo was Böses. Da! Fall runter, du blöd Arsch. Wir sind so viele P-Switches. Why? Wir müssen ihn auf jeden Fall aktivieren, denke ich mal. Jetzt müssen wir schnell sein, eventuell. Okay, ich weiß nicht. Wofür ist der? Vielleicht ist er auch für gar nichts? Oh, bestimmt, dass ich da oben hinkomme. Okay, Pau-Blöcke. Die geben anscheinend auch Licht. Ich denke mal, dieses Level hier soll dann einfach nur sagen oder zeigen, was alles Licht spenden kann. Und sonst soll es auch sehr assig sein. Wieso hast du Pau-Blöcke auf deinem... Macht er sich jetzt selber tot? Ne. Äh! Das ist uncool. Das sind vor allem so viele Pau-Blöcke. Also Pau-Blöcke geben Licht. Wieder was gelernt. Äh. Ach, da war noch einer. Okay. Hab ich jetzt nicht gesehen. Oben komm ich doch wieder nicht ran. Okay, 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 okay. Nein! Daneben war einfach noch einer. Warum war da noch ein Loch? Aber um nochmal zu dem Laternen-Thema zurückzuführen. Die haben früher... Also meine Mutter musste das dann immer bauen. Dann ist man da so rumgelaufen und hat tolle Lieder gesungen. Und im Wald war man dann... Eigentlich voll gruselig. Macht man das heutzutage noch? Laternenläufe, Umzüge. Ich sing nicht. Lauf mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Oben leuchten die Sterne. Und unten leuchte ich mit meiner Laterne. Das war locker falsch. Das geht irgendwie anders. So, ich drück den jetzt mal nicht. Weil da soll man einfach anzeigen, wo hier was ist. Da hinten. Gibt's hier noch einen Pau-Block. Gibt's noch so einen anderen Block? Ich glaube, ich nehme lieber den Pau-Block. Der zeigt nämlich wenigstens, wo man hier unterwegs ist. War das jetzt richtig? Es war richtig. Was ist das Ziel? Ich kann eigentlich gar nicht mehr verlieren. Warte, das nutzen wir aus. Uh, ha! Und damit sind auch die Ostflügeltore. Endlich fertig. Ja, jetzt können wir da auch so rein. Geil. Yeah! 68 Prozent. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende dieser Story. Was ich sehr gut finde. Abfeuern! Pau! Münzen. Ich hoffe, der sammelt die automatisch ein. Also rein Teo-Praktisch sollte man sich hier die ganzen Münzen. 8, 9, 10. 10 sogar. Krass. Nach jedem Level dann abholen, ja? Damit man immer genug Münzen hat. Haben wir dann genug Geld für irgendwas anderes? Ja, guck mal. Das Dach können wir auch gleich bauen. Nett. Also so langsam wird unser Schloss auf jeden Fall. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sind schon bei 70 Prozent ungefähr. Tschüss.